Also laufen mitten durch die durch, gucken ob da irgendwas von Interesse ist und wenn nicht springen wir dann wieder raus und geben Lord Albert Newton in Mist die Sanduhr die er haben wollte. Au 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 au, was geht vom Schaden her? Nur unsere Ausrüstung wird wahrscheinlich sehr darunter leiden. Und hier ist sonst nichts. Okay, du raus. Mist. Genau, du kaputt. Die Krone in deinem Inventar kaputt. Ja, wir haben es verstanden. Es ist repariert. Geschick elf, okay. Nichts wichtiges. Zwei von fünf Ringen. So. Ich sollte zwischendurch auch mal versuchen, dass die Damen das selber reparieren. Die haben ja doch schon Expertenrang allesamt, oder? Ne, haben sie nicht. Sie haben den Skill auf... Ne, nicht mal... Sie brauchen immer nicht die nächsten Hufweisen. Sie hat so viele Sachen zum Steigern, das ist nicht mehr lustig. Ja, also Expertenrang sollten alle Damen bekommen. Eigentlich sogar Meisterrang. Sonst haben wir nachher nach jedem Drachenkampf sowas von was zu tun mit hin und her klicken. Das ist nicht mehr toll. Ja, also mit etwas Glück kriegen wir jetzt wieder Stufenaufstiege. Halt! Seine Hoheit, Albert Newton! Suchauftrag des Rates. Alles, woran ich mich jetzt noch erinnern muss, ist, wie der Spiegel hergestellt wird. Ich habe alles von Belang aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Aber wo habe ich die Notizen? Hm, ich muss sie irgendwo hingelegt haben, wo ich sie leicht wiederfinden kann. Vielleicht ins Labor? Egal. Dein Teil der Aufgabe ist erfüllt und dafür danke ich dir. Du hast dir meine volle Zustimmung im Hohen Rat verdient. Wie war nochmal dein Name? Ja, schusseliger Kerl. Haben wir einen Stufenaufstieg verdient? Ja, haben wir. Du, bringe uns zu unserem Lieblingslehrer. Da. Level, Level, Level. Du, reparieren, reparieren, reparieren. Du hast reparieren schon hoch. Du hast reparieren hoch. Okay. So. Wir wollten uns jetzt mal wieder ablenken lassen, nachdem wir Garix Schmiede gemacht haben. Ich weiß nicht. Oh. Okay. Erstmal Sachen verkaufen. Und dann lassen wir uns ablenken durch was? Lehrer suchen. Wäre, glaube ich, ganz schick. Verkaufen. Das, das, das. Das, das, das. 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 Hier sieht schick aus. 30. Feuerresistenz und regeniere Trefferpunkte mit der Zeit. Resistenz gegen Lähmung. Ja, nee, die da ist besser. So. Die kann verkauft werden. Jetzt kommt das alte Spiel mit dem Rüstungs-Helani, da ist er. Verkaufen. Gottgleiche Ausrüstung. Hier, bitteschön. So. Was machst du? Wir brauchen noch gute, äh, gute Gürtel. Ausdauer plus 18. Du hast schon viel zu viel Ausdauer. Glück plus 10. Intellekt plus 7. Genau, das ist unser schlimmster Gürtel überhaupt. Hier nehmen wir den. Hältst du mehr aus mit. So, äh, genau. Lehrer. Reparieren. Reparieren war in Iron Fist, glaube ich. Zurückrufen. Burg Iron Fist. Wir haben Mai. Neuer Monat. Ich habe dich schon erwartet. Äh, Mai ist der Geschick-Monat. Mai. Geschick. So. Äh. Und der war, ich glaube, oben bei Burg Iron Fist selbst. Also du. Fliegen. Auf die andere Seite. Ja, Faru, sucht uns ruhig mit euren Feilen zu treffen. Ist okay. Äh, genau. Eine von den beiden Hütten. Ich glaube, die eine war sechster Sinn, die andere war aprieren. Auf. Ne, 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 ne. Ha. Du. Da hinten. Das war irgendwo hier. Hallo. Wie geht's? Pärte des Speers. Bist schon. Hier. Aha. Super Erinnerungsvermögen. Tada. Ryan Treckel. Äh, ne, von Burg Stone. Also schon wieder bei dem König, Prinz der Liebe, offiziell, inoffiziell Typen. Okay. Äh, sehr schön. Ein paar mehr Ränge dazubekommen. Handelsrang. Habt ihr noch... Nicht auf Experte? Äh, wo warst du? Hm. Der Meister war bei... Loretta von Fleiße. Die geldgierige Druidin. Aber der Expertenrang. Was haben wir hier noch so? Expertenstab. Nö, hier waren die nicht. Hier waren die Elementarexpertenlehrer. Meisterlehrer. Hm. Zauermeister? Einbrecher. Trapper. Nö. Chade. Also ja, das ist definitiv noch ein Skill, den wir hochbekommen sollten. Vielleicht fällt mir ja demnächst ein, wo der Lehrer war. Äh, Bogen. Bogen hast du neun. Da können wir nochmal gucken. Hier, Leuchtfeuer zurückrufen, Burg Ironfist und wieder rüberfliegen. Weil die... Oh. Achso, das ist zu hoch. Äh, die Bogen-Expertenlehrerin war hier am Hafen. Und da können wir da mal erfragen, wo die Meisterin ist oder der Meister. Wobei, ich glaube, das war bei dem Schützenlord, der wollte, dass wir den Winter beenden. Aber gucken wir einfach kurz. Hier. Hallo? Wie geht's? Experten-Bogen sind wir. Desmond Bwälder. Desmond Rockefeller in Kriegspire. Kriegspire haben wir auch keinen Punkt, richtig? Genau. Kriegspire ist von Blackshire aus nach Norden. Rufheißen? Nein. So. Oh. Da können wir auch mal einen Sprungpunkt hinsetzen. Auch wenn es nicht so weit weg ist. Aber hier haben wir es noch fast gar nicht umgesehen. Wir sind noch zur Stadt gelaufen und da oben haben wir einmal den Eremiten gesucht. Hier waren überall diese Minotauern und Erdelementare waren das, glaube ich. Könnte also interessant werden. Vor allem, was hier noch so an Dungeons rumkreucht und fleucht, ne? Wenn die Minotauern und die Erdelementare so schon ziemlich stark waren, dann könnten die Dungeons hier dementsprechend sein. Und die Geschäfte aber auch. Master Plus 11. Nö. 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 Hufheißen? Keine Hufheißen? Das glaube ich euch nicht. Auge ist an. Nö, kein Hufheißen. Äh, es müsste doch schon eine Weile her sein, dass wir hier gewesen sind. Ja, bestimmt. Aber na gut, wir suchen einen Rockefeller. Schön, dass du da bist. Nein. Wie geht's? Unterhändler, nein. Wie geht's? Ein Na... Nein. Schön, dass du da bist. Flötenspieler. Wie geht's? Suchauftrag. Ich war einer der Magier, die in Kriegspire studiert haben, als die Kreaturen dort außer Kontrolle geraten sind. Auf meiner Flucht habe ich ein wertvolles Kleinod verloren. Ein juwelenbesetztes Ei. Dieses Ei ist ein Familienerbstück. Das bis in die Zeit der Stille zurückreicht. Ich habe mehrmals es untersucht. Nee, versucht es zurückzubekommen, aber die Kreaturen sind mir überlegen. Ich habe einige magische Schmuckstücke und etwas Geld. Hm. Hm. Okay. Lehrer, nein. Ein Ei finden. Ein sehr komisch aussehender Lehrer. Experte der Lichtmagie. Kiloni. Bei Burg Alamos. Oh. Bei Burg Alamos, da hatten wir doch schon mal von gehört. In dem Schwätzen von dem Garik-Typen. Dass er den Kristall, das so wie noch, da hat liegen lassen. Hm. Okay. Burg Alamos. Äh. Hier. Ratgeber, nein. Expertenheiler, nein. Wir sind gleich rum. Komm schon. Führer. Kein Eingangstum. Das war es an Privathäusern. Dann muss es hier irgendwo noch ein kleines Dorf geben, hm? Oder ich habe es einfach gnadenlos übersehen. Ich bin eigentlich einmal hier so ganz rum. Hm? Da, da, da. Den Nahe habe ich auch nicht übersehen, nee. Hier gibt es auch nicht viel zu übersehen. Das ist ein ganz kleines Gaff. Hallo. Oh, hallo. Vielleicht gibt es irgendwo eine Hintertür. Das wäre gemein. Ja, gehen wir mal kurz mit den Rückseiten ab. Nö. 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 Und sie hat auch ganz sicher Kriegs bei ihr gesagt, oder? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Was? Komische Frage für den Lehrer. Äh. 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 In der Kneipe? Hallo. Komm, nein, nein. Nö. Nö. Der ist hier irgendwo, wo wir noch nicht waren, ein Lehrer. Können mal ein bisschen hier rumfliegen, aber so wirklich motiviert bin ich nicht. Das sieht gefährlich aus. So ein halberloschen Vulkan hochzuklettern und da sind wir nur Tauren. Die. 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 Machbar, aber sehr zauberbar und intensiv. Und da war bisher noch kein König bei. Da hinten ist einer. Ja, okay, taktischer Rückzug. Und da drin wird dann wohl Burgkriegsbayer sein. Oh, da drin wird wohl Burgkriegsbayer sein, wo wir das Ei herholen sollen. So wirklich motiviert bin ich da jetzt nicht. Kurz halt. Allmachtsbrunner, Allmachtsbrunner kommt mit. Und Flocht, also ein Haus kennen wir hier noch. Aber ich denke nicht, dass der gesuchte NPC da sein wird. Was ist hier? Dämonennest. Ja, warum nicht? Wir können ja sogar schlafen. Okay, warte mal. Wir schlafen. Wir setzen hier einen Sprungpunkt. Wir ersetzen dafür die Schmiede, weil da müssen wir eigentlich nicht mehr rein. So. Und allein zum Spaß gucken wir einfach mal den Vorposten der Dämonen da rein. Den sollen wir nämlich auslöschen. Für welchen war das? Lord Osric Temper? Bin ich mir nicht ganz sicher. Du, Tag der Götter. Runterfallen, runterfallen, runterfallen. Ich glaube, wir sollten vorher den Kurzzeitlicht-Buff sprechen. Ich denke mal, da drin wird es recht schnell zur Sache gehen. Azulay, liegt an dir. Genau, Stunde der Kraft. Ganz kurz warten, bis sie sich wiederholt hat und dann huschen wir rein da.